Moin aus Kiel, ich bin Jonas, Gründer von myBoo und bei uns verantwortlich fürs Produktmanagement. Stellvertretend für all unsere City-Tracking-Räder steht vor mir ein MyAvram mit einer Nexus-8-Gang-Schaltung und Zahnriemen. Alle unsere Tracking-Räder sind in drei verschiedenen Rahmenformen erhältlich. Diamant, Trapez und Wave-Tiefeinsteiger, jeweils in fünf verschiedenen Rahmengrößen von 48 bis 61 cm. Unser MyAvram ist unser Tracking-Allrounder mit Namenschaltung und Scheibenbremse optional erhältlich auch mit Zahnriemen. Die MyTano-Serie ist immer mit Kettenschaltung ausgestattet und auch hydraulischen Scheibenbremsen. Die Serie MyAvram Gates ist mit Namenschaltung ausgestattet und wie der Name schon sagt immer mit Zahnriemen. Unser MyPRA ist unser City-Bike mit Rücktritt, sehr aufrechter und komfortabler Sitzposition mit 7-Gang- oder 8-Gang-Namenschaltung. Abgeschlossen wird unsere Tracking-Reihe durch das MyOnzo, unserem Reiserad erhältlich mit Kettenschaltung und auch mit Namenschaltung sowie hydraulischen Scheibenbremsen. Du hast die Möglichkeit, Dir Dein City-Tracking-Bike bei uns auf der Webseite my-bu.de im Konfigurator zusammenzustellen und Deine Konfiguration direkt an uns zu senden oder bei einem unserer über 150 Fachhändler in ganz Europa eine Radprobe zu fahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.